ARD Text im Auftrag von Funk 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 vor dem manchmal wird ja nicht ja ich mag woher sich weg die Freizeit kann werden aber das Ding so gut wie kein Treibstoff mehr so kann sein dass ich erinnere sich um einen Treibstoff verlieren wie er ist das hoch für die h das ist ein paar durch Lande er hat mich mitnehmen er kann es nicht mehr ich bin auch schon längst der Moritz, ich zütt die Schüssel an! Flo, Flo, guck mal da oben. Janik, ich versuch mal einen abzuholen, dann können wir da oben gehen. Das sieht jetzt grad nicht so aus. Dürfen wir die auch in dem Block kuschen? Ja. Er hat jemand ganz viele Blöcke für mich gerade? Äh, ja, ich hab extrem viele. Ich hab extrem viele. Gib mal, wo bist du? Hier, gib mal, join me, bitte. Äh, ich hab hier das. Ich, soll ich dir alle droppen? Ja, mach, mach, mach einfach, ich brauch so viel wie es geht. Äh, die haben mich gefunden! Janik, überlebt! Ja, ja! Kein Ding! Das Ding, das Flugzeug ist das nur komplett am qualmen, keine Sorge! Dürk, wir in das Flugzeug von denen reingehen? Ja! Gott, ich will noch weitere Blöcke für mich. Ich bau mich grad hoch! Ich auch! Nein, 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 ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, nein! Was hast du gemacht? Ich bin runtergefallen. Ich brenn mich mal grad in den Zeppelin, ne? So, warte, so. Dürfen wir auch von uns was abbauen? Ja! Wir dürfen das Ding komplett auseinanderlegen. Und dann da innen drin die Teleporter zerstören? Ja! Okay, die sehen mich nicht, weil ich direkt unterm Zeppelin bin. Die eine Hälfte vom Zeppelin brennt! Aufpassen! Ey, warte, hab ich ein Fallschirm. Okay, ich hab ein Fallschirm. Aber nur das Dach, also unten nichts. Ah! Das Feuer breitet sich weiter aus. Vielleicht brenn ich? Ich? Ah, nein! Hä, der kriegt keinen Schaden! Hä, Nico kriegt einfach keinen Schussschaden! Ja, der ist safe, der ist safe wieder im Game-Mod. Der ist wieder in Game-Mod. Was passiert eigentlich, wenn er jetzt... Junge, dann... Da kriegt er aber auch mal eine Strafe. Ein nach dem Leben ist nicht so. Das heißt, die haben jetzt ne L-Dings. Ich hab ne Waffe dabei. Ne L-6, n-Dings. Hab ich... Chillig! Gut, komm mal. Ich, äh... Warum nicht? Ich freue mich jetzt auch. Chillig! Warum nicht? Ich bin ja halt... Chillig! Neuer Mensch. Ja, also, ähm... Wenn heute ja noch zwei da sind... Wie wär's denn einfach... Da, der eine Grabstein gehört mir oder eine... Wie oft können wir an nem Zack eingreifen? Was? Wie viel hat der geschluckt? Äh, ich muss dir ankündigen. Alter, viel hat der? Oh mein Gott, der... Der hat mit meiner Waffe! Ja, wie's da aussieht, weil ihr euch da alle hochgebaut habt! Ja, ich bau mich jetzt auch noch mal hoch. Wartung, denk mal, der hat richtig viel Faden. Ist der drin? Flo, okay. Ich find's... Oh Mann, ey! Der hat richtig viel geschluckt, der, äh... Ixi... Alter, Junge! Wer... Der hat jetzt doch grad mit dem Flugzeug... Nicht wir! Einer von denen! Einfach draufschießen! Wie viel hältst du ein Flugzeug aus? Ja, nicht draufschießen! Ich würd' den gerne auch behalten, der ist neu! Nein! Gar nicht! Ich überlebe ich... Der hat nen Schwach! Ich hab meinen ganzen Loot oben mit den AUG, gif! Ja, ja! Ich, äh... Warum ich grad nach oben? Ich hab... Ich hab mein Kram irgendwie wieder. Äh... Also nicht mein Kram, sondern... Dürfen wir deren, äh... Deren Zeppelin damit eigentlich looten, ne? Ja! Ich hab nen TNT, ich nehm den Feuerzeug und dann geh ich da oben! Nein, nein, nein! Du wirst doch nicht eins auf TNT da oben zünden! Doch eins! Nein! Zünd's doch an! Zünd's doch an! Das geht viel schneller, äh... effektiver! Sag mal! Hat einer von euch Kettenrüstung an? Hat einer von euch Kettenrüstung auch noch... Nein! Ja, ja, ja! Doch! Mann, sag das doch schneller! Ja! Ich hätt doch jetzt auch nicht geschossen hier an den! Okay, 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 hoch! Ja, ich bin aber grad hier mal hinterher gerannt, deswegen... Sag die Hände uns auf! Was ist das Ding da unten, ne? Was ist das dran? Ich brauch so viel... Janik, gib mir... hast du Blöcke? Hast du Blöcke? Nee, wir... uns gehen die Blöcke aus, Leute! Ja, gut, ich hab... Ja, gut, ne? Ja, ich hab mich grad hochgesteckt. Ja, steckt... Eigentlich sind wir dumm! Weil... Warum stacken wir uns hoch? Wir hätten einfach nicht auf der Defensive bleiben können! Aber wir wollen auch einen Zeppelin! Ja! Schalt! Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich bin jetzt grad schon... Wer hat das Feuerzeug? Ich hatte eins, aber ich bin ja gestorben! Ja, ich hab kein... Einer baut sich da runter! Baut sich einer von euch da runter? Nein! Dann ist es einer von denen! Einer von denen baut sich gerade da runter! Hebo! Ich baue mich grad hoch, also... Können wir uns treffen auf halbem Weg! Oder hast du dich hochgebaut? Ich baue mich hoch! Warum? Baust du über... Ah, du baust über dir ab und unter dir wieder... Okay, hin! Richtig? Genau! Einer von denen... Einer von denen ist gerade hier am runter! Wer hat ne Diegel? Äh... Nico! Ach, er! So ne kleine Scheiße! So ne kleine Scheiße! Hört man einfach auf die komplette Map! Soll ich vielleicht einfach nur dafür sorgen, dass die sich nicht weiterbauen? Ist der hier unten? Nein, nein, nein! Der ist gestorben! Der ist im Fallschirm runter und ich hab ihn dann abgeschossen! Oh, das ist so okay! Warum geht der mit dem Fallschirm runter? Ich öffne den doch lieber 3 Sekunden hoch auf! Ich hab ja gerade welche gehört, die sich gequipped haben! Ich hab keine Scheiße! Wie gesagt, ihr müsst den Teleporter-Core abbauen! Dieses mittlere Ding, was anders aussieht, als der Rest vom Teleporter! Ich baue mich jetzt... Äh, Janik! Ich bin schon wieder auf der... Ohhhh! Ich bin jetzt grad bei denen! Mit meinem Loot nicht abbauen! Ich bin fast ganz oben! Ich baue da ein bisschen was bei denen ab oben! Wenn ihr gleich Fragen könnt ihr sagen! Hey, wer hat sich mit Erde so richtig dreht hoch gebaut? Na gut, der 15 Erde noch! Würde von ganz drinnen! Ich bin hier... Ich sammel hier grad noch genug Blöcke! Ich glaub der... Ich glaub der... Ich glaub die Xie will sich rächen! An wem? Wer... Wer baut sich da hoch? Ich... Ich bin schon oben! Als ob die... Zwei so viel Kladder... Ey, Pika, darf ich das... Leute, warum bauen wir eigentlich keine Treppe? Äh, frage ich mich auch. Warum haben wir keine Leitern ausgewollt? Ja, die sind zu teuer! Das kostet zu viel Holz! Ja, ich... Ich hab dein Teleporter-Core... Hä, 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 sie ist doch noch... Hast du den abgebaut? Ja, ich bin jetzt bei Aduland hier oben! Perfekt! Die können nicht wiederkommen! Äh, hast du... Hast du den Teleporter-Core... Ich hab Aduland, ich hab Aduland! Okay! Ich hör nur bei mir nachladen, Schüsse... Ich hol noch ein paar Frames mit! Ich hab Aduland auf jeden Fall gekillt! Die können jetzt nicht... Ich seh hier... Ich seh hier... Hi, Janus! Ich seh hier... Ich seh hier... Ich seh hier... Oh, geil, weg! Sorry! Ich seh hier... Ich seh hier... Ich seh hier... Mann, lass mir doch mal auf was rufen! Ich hab mich jetzt 10 Jahre hier hochgebaut! Ich bin immer noch nicht oben! Dann... Hast du alle getötet! Was soll denn das jetzt? Du tust... Finde ich nicht gut von dir! Wir geben auf! Täppling an uns! Ja, ich... Wie dir einfach immer aufgeben, diese Weicheier! Wie kannst du dich wieder runterbauen? Hast gut gemacht! Gut, ähm... Ja, ich... Ja, gut... Ja, jetzt schön... Die Titanium-Schwerte hier oben! Super! Als ob die wieder so für die Titanium-Schwerte... Alter... Ich bin schnell als zu Janis! Nein, jetzt Block! Ja, also... Der ist... Wer muss dich auf den einfachen Kettnuss hoch? Ich bin der Block! Nein! Oh mein Gott! Er baut einfach... Und dann wird den Block ab! User was moved to your channel! Also... Hi Leute! Hallo! Schöner Kampf! Echt! Ich hab... Moritz, legst dir gleich ruhig ein... Die Intention war noch ein bisschen was von euren Wachen zu verschließen! Ach, das Feuerplan! Ja, ist eh egal! Wir haben ja eh genug! Ja! Keiner mag Angeber! Hm! Ja, feiert dich! Also wenn ich fragt, warum der... Schrecklich! Nur weil du das ganze Gegner-Team alleine geholt hast! Ohne Mist! Hol dir einen drauf runter! Ist okay! Geil! Leute, ich kann mal nicht... Meinst ihr, das brennt? Nein! Ich brenne! Ich brenne! Aber das... Einmal das ganze Scheiße! Ecke! Ähm... Wir wollen uns ja jetzt schon mal die Ressourcen geben, weil es gibt ja keine Angst mehr! Es ändert nichts mehr! Es brennt ja wirklich alles! Ja, ach ne! Ah, oh Gott! Ich brenne! Ecke! Janik, wir werden hier oben einsam sterben! Ja, ja, warte mal! Ja, sowieso! Ja, machen wir gleich! Aber... Wartet! Wartet! Leute! Vorsicht, ne! Ihr dürft euch die Ressourcen... Das haben wir am Anfang verkackt! Nur dahin... Dahin cheaten, wo sie auch hinkommen! Also... Äh... Wie auf der Eiseninsel müssen die Ressourcen auf der Einzelinsel... In Anführungszeichen spawnen! Ist das nicht vollkommen egal? Nein! Ja, okay, Ecke! Dann wär's ne... Wenn du... Ey, dann würdest... Äh... Wie was jetzt... Gehandelt wird! Wenn nicht was? Ich hab's geschafft! Alle Ressourcen mit ner Truhe auf die jeweiligen Kiste... Äh, auf die jeweilige Insel! Ja! Oder was? Okay! Die bebaut's dann! Jo, was ist da denn drin? Ja, du brennst! Achtung! Ich hab... Ecke! Dann stellst du die für jede Insel! Und jeden Punkt! Was ist mit eure? Aber nur für euren! Nein! Hä? Dann weiß ich ja, wo eure Basen sind, sagt die doof! Also... Ja, genau! Das wollte ich nämlich nachfragen! Weil so hatte ich dir das wahrscheinlich grad auch... Ihr macht... Ihr macht das... Ihr... Das macht das Team selbst! Und da wird vertraut! Ähm... Jetzt nochmal kurz mir nochmal grad sagen... Wer... Weiß ich wie viel was cheaten darf! Und nicht wundern... Also... Also... Steht in den Regeln! Okay... Weil ähm... Nicht wundern... Wir haben... Ich glaub ich hab vier oder fünf... Äh... Quellen von uns... Also aufgedeckt, die wir haben! Und auch bebaut natürlich! Bebaut! Gut! Nur... Also ne? Nur bebaute Quellen! Versteht sich! Natürlich! Okay, dann... Hi Exi! Hi Leute! Irgendwie ist hier oben ein Prack! Ja... Schon! Sag das mal dem... Erzähl das mal dem Janik! Was du grad gesagt hast! Der ist nicht mal hier! Janik... Ich hab so alles abgebrannt und hab gesagt, jetzt fühl ich mich so ein bisschen wie Domi! Äh... Ich hab Leute getötet und wo eingebrochen, hab denen Sachen geklaut und hab dann die Scheiße abgebrannt! Aha! Hast du ein Fallschirm? Ich hab... Ja ich hab äh... Warum brennst du da unten? Die... Ja! Die Insel ist einfach die ganze Zeit in dem ganzen Projekt zu lassen, oder? Ja wir lassen die so, oder? Hä? Hä? Das ist mega gut gegen Flieger! Vor allen Dingen, du kannst auch mal einfach beim Schlachtschiff fahren! Janik! Janik! Ich hab dich... Ich habe irgendwie sowas... Hä? Nein, nein ich will nix! Ich muss jetzt mal grad was machen! Ich hab das Gefühl, dass dieser Nation war ein bisschen schneller vorbei ist als alle anderen! Gut möglich! Weil wir jetzt nämlich jede Menge Ressourcen haben! Soweit ich muss mal kurz... Danke fürs Zuschauen! Das war ein einfaches Match! Äh... Da... Ich hoffe es kommt noch spannenderes! Es tut mir echt nackt! Ich meinst nackt! Das war ein einfaches Handy. Ich hab dich nicht so gut gemacht! Ich hab dir das nicht so gut gemacht! Das war ein einfaches Handy! Alles klar! Ich hab dich mit ihnen! Das war ein einfaches Handy! Das wache, was ich entspricht? Untertitelung des ZDF, 2020